Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema Autismus Spektrumstörung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. Und das wird natürlich sofort in Angriff genommen. Ja, heute bearbeiten wir mal wieder eine Frage, die mir hier reingerauscht ist in einem Kommentar. Und zwar ist die Frage folgende. Sagen autistische Menschen immer die Wahrheit? Und ja, das ist tatsächlich eine ziemlich interessante Frage, denn man sagt autistischen Menschen so im gesellschaftlichen Kontext in der Regel ziemlich breit gefächert nach, dass sie dazu tendieren, ziemlich oft die Wahrheit zu sagen. Während man neurotypischen Menschen dann ja auch aus der Sicht der autistischen Menschen oft vorhält, dass diese eher ein bisschen mehr zum Lügen tendieren. Und woran kann das liegen, dass es hier so große Unterschiede gibt? Und das ist erst mal eine gute Frage. Und hier muss man so ein bisschen tiefer gehen und sich ein bisschen mehr Gedanken machen. Und ja, grundsätzlich müssen wir einmal überlegen, warum wird denn überhaupt gelogen? Und Lügen haben ja verschiedene Ambitionen oder verschiedene Motivationen stecken dahinter. Und mir würden jetzt mal so zwei ganz große einfallen. Und das eine wäre eine Lüge aus einem Schutzgedanken heraus. Und mit Schutzgedanken meine ich in erster Linie, dass wir mit der Lüge versuchen, irgendwelche Beziehungen zum Beispiel etwas geradliniger auf der Bahn zu halten, indem wir halt nicht immer die Wahrheit sagen als neurotypische Menschen. Und die andere Motivation, die dahinter stecken könnte, ist natürlich eine Täuschungsabsicht. Also wenn ich als Kind zum Beispiel von meiner Mutter gefragt worden bin, hast du die letzte Schokolade gegessen? Und ich habe gesagt nein, dann war es in der Regel ja schon eine Lüge. Und ich habe das dann auch nicht gesagt, um die Gefühle meiner Mutter zu schützen, sondern ich habe versucht irgendwie die vielleicht auf mich zukommenden Konsequenzen oder den Ärger von mir abzuwenden, indem ich einfach dann mit Vorsatz behauptet habe, ich hätte das nicht getan, also hätte die Schokolade nicht gegessen. So, und insofern ist es denn so, dass Menschen auch oft zu tendieren, sich aus schwierigen Situationen herauszubuxieren, indem sie erstmal behaupten, sie hätten mit dem vorgeworfenen Verhalten nichts zu tun und daran wären sie nicht schuld. Und ja, erzählen dann erstmal, dass sie da nicht daran beteiligt waren oder das nicht getan haben. Und wahrscheinlich ist der Gedanke dahinter, dass man hofft, dass die Person, die die Anschuldigung erhebt, dann zur nächsten Verdächtigen überwechselt. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. So, und dann gibt es natürlich so die, gehen wir nochmal zurück zum eher sozialen Kontext. Also da geht es denn ja oft um diese Schutz- oder Notlügen. Und das ist dann ganz oft eine Frage der Empathie, denn wir möchten im sozialen Kontext ja eher nicht ständig unseren Gesprächs- und Interaktionspartnern vor den Kopf stoßen. Zumindest neurotypische Menschen haben hier eine ganz hohe Sensibilität und versuchen damit immer die Interaktion oder die Beziehung in einer Waage zu halten. Also, dass die durchgehend auch weiter funktionieren und dementsprechend ist es dann hin und wieder mal notwendig, dass bestimmte Aspekte ein bisschen abgemildert oder ja, belogen werden. Zum Beispiel klassische Beziehungsthemen wären, wenn ein negatives Verhalten einfach nicht angesprochen wird, weil man weiß, dass es dann Streit gibt. Und genauso sind es die klassischen Beispiele, wie der Mann fragt, ja, gefällt dir mein neues Auto? Und die Frau findet das eigentlich nicht besonders schön, aber sagt natürlich, ja, das gefällt mir, weil sie ja weiß, dass es dem Mann gefällt und der sich das ja nicht umsonst gekauft hat, sondern da ja schon ziemlich interessiert auch an Form und Farbe war und das natürlich aus der Ambition her erworben hat, dass er das schon ziemlich gut findet, das Auto, so wie das aussieht und Form und Farbe und ähnliches. So, auf der anderen Seite gibt es oft so diese Situation, dass zum Beispiel ein Partner sagt, so findest du mich eigentlich noch attraktiv oder wie gefällt dir diese Hose? Und manchmal ist es so, dass Menschen für sich selber gar nicht so einen guten Blick haben und wenn eine Hose wirklich überhaupt gar nicht passt oder eine sehr komische Körperform abbildet oder produziert, dann ist es oft sinnvoll, erstmal zu sagen, ja, nee, gefällt mir schon, aber zeig mir nochmal eine andere, das wäre dann so ein Kompromiss. Aber grundsätzlich ist es so, dass man in der Regel die Gefühle des Gegenübers nicht verletzen möchte. Also natürlich nicht sagen, naja, die Hose ist ein bisschen eng, weil du auch zu dick bist und deswegen zeichnet die sich ein bisschen komisch ab oder zeichnet den Körper ein bisschen komisch ab und schon wäre das eine Irritation für die Beziehung und würde die soziale Interaktion vielleicht in die falsche Richtung lenken. Genau. So, und das sind Überlegungen, die neurotypische Menschen ganz typisch immer anstellen und dann auch irgendwann so im Gefühl haben, sodass das auch automatisch kommt. Ja, und hier ist meine Erfahrung, dass autistische Menschen natürlich auch im Sinne von Anpassung oder vielleicht auch Masking oder sowas im Laufe ihres Lebens dann auch immer mehr einsetzen und da auch so ein Gefühl für entwickeln. Aber gerade so Kinder und junge Menschen oder junge Erwachsene, die tendieren schon dazu, relativ klar die Wahrheit zu sagen, weil die Wahrheit ja auch als etwas Positives gewertet wird und dementsprechend verstehen die Menschen dann auch nicht, dass eine Lüge auch eine gute Sache sein kann, um die Gefühle anderer Menschen zum Beispiel zu schützen. Und viele autistische junge Menschen, die ich kenne, haben da überhaupt kein Verständnis für und auch wenn wir das besprechen, sagen die, naja, aber Lügen ist doch scheiße und naja, wenn jemand dick ist, dann ist er halt dick und dann kann man dem das auch sagen. Ja, und hier sind wir wieder auf so einer Ebene, wo neurotypische und autistische Menschen halt eine unterschiedliche Empathie und auch manchmal eine sehr unterschiedliche Vorstellung davon haben, wie man mit seinem Gegenüber am sensibelsten kommuniziert und viele autistische Menschen haben da auch kein Interesse dran, besonders sensibel dann irgendwelche Verhaltensweisen oder Gesprächskulturen zu erlernen, die sie dann ein bisschen besser durch den Tag bringen und ja und dementsprechend bleibt die Wahrheit eine große Irritationsmöglichkeit, die autistische Menschen so mit sich tragen. Ich persönlich zum Beispiel genieße meine Arbeit mit vielen autistischen Menschen diese Ausprägung sehr und ich finde es immer ganz gut, wenn mir denn jemand sagt, nachdem mich schon hundert andere Menschen an dem Tag gesehen haben, dass ich was zwischen den Zähnen habe. Das sind dann meistens nämlich meine autistischen Klienten, die mich darüber informieren und alle anderen haben das natürlich auch gesehen, aber das aus Höflichkeit nicht gemacht. Aber manchmal ist es dann so, dass Menschen, die einem ein bisschen näher stehen oder die einen ein bisschen besser kennen, das dann natürlich auch machen, aber oft ist man aus Höflichkeit dann wieder auf der falschen Bahn. Und hier muss ich doch sagen, dass ich autistische Menschen und ihren Bezug zur Wahrheit ganz, ganz insbesondere teilweise sehr zu schätzen weiß und ja, da sehr viel mit anfangen kann, denn das ist zuverlässig und ich weiß auch damit umzugehen, aber dieses Hintergrundwissen hat nicht jeder und deswegen fühlen sich halt oft Menschen auch, ja, verletzt oder wie soll man sagen, ja, ich könnte jetzt eine Metapher aussuchen, aber das mache ich nicht. Mein Fazit lautet, von autistischen Menschen klare Ansage schätzen lernen und sie zumindest nicht so eng zu sehen, denn die Grundidee autistischer Menschen ist oft, dass Lügen etwas Schlechtes ist und deswegen wollen sie sich fair verhalten und sagen die Wahrheit und dieses Gefühl dafür, an welcher Stelle man vielleicht doch diesen Schutzgedanken ein bisschen in den Vordergrund schieben sollte, das sind halt Einschätzungen, die autistische Menschen oft nicht so gut führen können und dementsprechend auch hier wieder einfach mal ein bisschen Verständnis zeigen für diese spezielle Verhaltensweise und ja, dann kommt man schon ganz gut miteinander aus. Alles klar. So, und das war es jetzt für heute und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrumstörung präsentiere und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal, bis dann, ciao.